Als Kind durfte ich keinen Hund haben. Haustiere sind was für Leute mit dem Haus, hat meine Mutter mal gesagt, wir hatten nie ein Haus. Da hat Ihre Mutter ganz recht, Tiere sind Spießer, die wollen, dass sich am liebsten gar nichts ändert. So wie ich. Ja, wir müssen ihn vielleicht einschläfern. Das kommt nicht in Frage, er ist ein Therapeut. Oh. Ja, er heißt auch Freud, Dr. Sigmund Freud und ich sehe ihn. Also es gibt auch künstliche Hüftgelenke. So was gibt es für Hunde? Das wusste ich gar nicht. Meine Mutter hatte gerade eine Hüft-OP. Ich hasse einschläfern. Meine Mutter habe ich auch nicht einschläfern lassen. Ich habe sie einfach in so ein Alles-Inklusive-Nach-Spanien geschickt. Für 298 Euro die Woche kann sie sich jetzt mit Alkohol volllaufen lassen. Das soll nicht werden, eine Zahnfüllung. Hier ist all inclusive, schöne Frau. All you can fress. Also ran an die Buletten, ma. Ich habe auch mal eine Gitarre dabei. Kann ich nur noch was vorspielen? Früher mal. Der war es hier noch ganz anders. Ich habe mit meiner kleinen Tochter in einem Zelt gelebt. Da haben wir Schmuck verkauft und so. Ich weiß, wie du bist. Kennst du mich nicht? Das ist doch nicht verkehrt, mit aller Macht zu lieben, oder? Mein Kind ist zu sensibel für diese Welt. Nicht müde werden. Sondern im Wunder, leise wie ein Vogel, die Hand hinhalten. Komm, Freud. Fein machst du das. Ganz fein. Ganz, ganz fein. Ganz fein.